Hallo meine Bumm, schön dass ihr da seid, Sparafa und Tete, mit der schönen Juliane, und den schönen Dallucat, den bezaubernden Palui. Wieso bin ich nicht schön? Warte, du bist auch schön. Bezaubern ist besser als schön. Du kannst auch hässlich bezaubern. Einen Soapay. Und auch noch der Maxi. Oh, Maxi. Dallucat, das wird so. Baaah. Was? Tautau ist übrigens der Almdudler. Ah, Almdudler. War nicht der Almdudler? Der Almdödler, genau. Er wurde immer zum Zeitkick geschossen, nur dass ihr's wisst. Wer wurde zum Zeitkick geschossen? Das weiß ich nicht, ich hab den Schuppe. Ich glaube, das ist der Baluui. Ich glaube, das ist nur der Baluui. Na gut, dann stirbt er jetzt. Wollen wir ihn mal Baluin, um das zu überprüfen? Tautau versucht noch verzweifelt seine Ability zu nutzen. Ich such's gerade, ein toleranter Ruf. Ja, wir haben ne Baluin, wir haben ne Baluin, wir haben ne Baluin. Ich hab aber schon mal, über ein Kristall gesetzt, hat man ein bisschen die ausgewählt, kann sie aber nicht benutzen. Jetzt auf einmal geht's. Baluui, versuchst du hier zu Baluin? Du, was? Irgendwer hat da eigentlich auf uns gestartet. Oh, war das doch nicht. Boah, er hat sich aufgestanden. Blauli ist gerade an irgendwas gesteuert. Aber Tautau nicht umgebracht. Tautau nicht umgebracht. Tautau ist ja wahrscheinlich nicht böse. Ich wäre auf Syrah mit draufgegangen. Oh, da da, du war der Sidekick. Ja, hatte jemanden geholt, ich hab ihn mal, ja, okay. Hallo Tautau. Hallo, also... Tautau wurde jemand abgestoppen. Tautau wurde jemand abgestoppen. Oh, das ist jetzt der Däte geschafft. So ist jetzt Maxi. Was ist das für ein Spraypattern? Maru geht ab hier. Maru geht ab hier. Maru geht ab. Hey, du hast sehr gute Arbeit, Kinder. Hi. Hallo, ich arbeite hier. Bisschen anders. Hey, du arbeitest mit 10 Damage-Tabs. Mhm. Hey. Hast du dich kaputt getötet? Ne, ne? Schade, Maxi. Loll, ich hab im gleichen Moment gedrückt, Maru. Paine, hab jetzt ein Prozent erschossen. Ja. Ich bin im selben Moment gekommen, ich dachte, du hast Mirror an. Ja. Besser hin, besser hin. Das wollte ich, also ich hab... Maxi, jetzt mir nicht so leid getan. Maxi, warum hast du oft gehört, auf mich zu schießen? Weil ich wollte, dass irgendjemand anders sich erschießt, aber es waren alles nur noch Traitor da. Gerade in der Sekunde hab ich nämlich mein Mirror angemacht. Einmal hättest du schießen sollen. Ja, ey, Mann. Ach, Alter, das bringt da jetzt rein. Ja, ich hab dich einfach da so lag. Ich hab dich umgebracht, weil du auf einen Kollegen gezielt hast in dem Moment. Auf Paine, oder was? Der war mein Traitor-Kollege. Oh, wir haben drei. Aber nicht wirklich. Wir haben drei T's. Du. Hey, wenn ich sterben sorge, kann ich überleicht werden für Credit. Bei mir funktioniert alles. Was denn? Das ist irgendwie so ein confirmter Punkt. Also was geht nicht? Ich hab vorher mein Kristall gesetzt. Deiner hat gesagt, du stinkst. Bei mir ist es aber X und nicht T. Hallo Tau Tau Tau. Ja, ich hab unten das äh, Kristalls im Ballkopf. Hallo Tau 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 Tau. Oh, was? Paine weiß es. Ich weiß es. Ja, er hat aber daneben geschossen, wollte aber treffen. Was ist er? Wer jetzt? Paine? Nein. Wer dann? Wer dann? Jemand hat auf Tau 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 geschossen. Ja, irgendwer hat auf Tau 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 geschossen. Wer hat jetzt einen? Und Mau hinter den Augen hat jemanden geschossen. Wir haben viele Leute. Ich hab Angst. Aha. Paine! Was ist mit der Leiche da? Alter, da kann Baluja, Baluja hat eins erschossen. Ich hab gar niemanden geschossen. Pass auf, das ist doch kein Blut. Ja, das ist auch ein Boom Buddy, ne? Da ist auch überall Blut. Jemand hat gesoffen. Jemand hat gesoffen. Ich löse den Fall. Hey, Tabio! Wer? Maxi. Ich bin auch erkossen. Dalu du auch, oder? Dalu du auch, ja. Klar. Ich hab gerade einen Trailer gekillt, Kollege. Ah, geht schon. Was bist du für ein Arschloch? Ich hab gar nichts gemacht. Hä? War doch Kürtel. Ich wusste gar nicht. Ach so, was so. Ach so, was Vendetta. Der Fetter war. Ich wusste nicht, dass die Lemmon... Ich dachte, der Chili-Garmhütte kehrt mich der Arsch. Hm? Wenn du von oben in eine Lemmon reinspringst, dann wirst du in der Luft gehalten, bis du tot bist. Echt? Ja, du bleibst an der Stelle stehen, wo die Lemmon dann immer wieder... Der geht auch trinken. Er hat verfehlt. Das war richtig heiß. Ja, das ist gut, ne? Und ich bleib da in der Luft hängen. Das Ding ist, ich hab auch den Datenfoto von hinten auf den langen Gang angeschossen. Und er hat nichts gesagt. Ich hab mir schon so, okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wer verfehlt hat. Oh, ich hab die falsche Rolle. Ich hab die falsche Rolle gelegt. Ja, Blink. Ich hab auch ne Blöde. Ich hab auch ne Blöde. Ich tausche mein Kristall ein gegen ein Item. Genau. Okay, ähm. Kommt unter Stack, der Super-Villain. Komm mal bitte unter Stack. Hier, der, der hier gesoffen hat. Ja, Maru, warte, hier. Ich hab nicht gesoffen. Hier, dann, hier, Judy, komm hier wieder rein. Ja, genau. Einmal bitte tauschen. Einmal bitte tauschen. Einmal bitte tauschen. Irgendwas. Nein, ich lebe noch. Ja, das ist gut. Das sieht gut aus. Ja, das sieht nach genau. Jawoll. Jawoll. Dankeschön. Jawoll. Also, ich war zufrieden mit meiner Rolle. Ja. Ah, okay. Dann ist Payne also Pirat und hat grad Dings aufguckt. Nö, nö, nö. Ja. Falsche Aufnahme. Das ist aber richtige Theorie. Warte, geht das? Hast du ne Bombe in der Hand? Das ist ne richtige Traitor-Flash. Das war nicht Dazzle. Nein. Ich wurde selber geflasht. Ja, ja, ja. Ich wurde selber geflasht. Ja, ja, ja. Es war auch geflasht. Das war nix. Hey, das hat Vorbild. Moment. Hier geht keiner durch. Ich muss, ich... Du hast nen Door-Buster. Der Dede wurde gerade erschossen. Oh. Du wieder. Items, Items, Items. Items. Links reingegangen. Links reingegangen. Tarder, 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 Tarder. Ne, Moment, 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 Moment. Mein Team erst. Hilf mir. Ja, ich geh weg. Geh weg. Tschuldi. Was? Warum? Items und Maru. Ja, Maru haben wir. Scheiße. Jetzt noch Edems Schmiede. Oh Gott. Da ging das hoch. Achso, den hab ich schon markiert. Tarder, wo bist du? Ich seh dich nicht. Tarder, da bist du. Hallo, tschüss. Er ist weg, er ist weg. Julie, auf. Ja, ist weg. Nein, Julie ist doch... Confirmed böse. Hier. Oh shit. Mach pio, 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 pio. Julie, ich hab noch ne Waffe, die pio, 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 pio macht. Kennst du Julie Waffen? Ja, die brauch nicht bitte. Oh, du bist mein Freund. Uff, nein, das wollte ich nicht. Das streckt die Runde. Du warst mein Freund. Dich soll ich nicht angreifen. Er hat dir eigentlich auch zu. Was ist denn sowas? Äh, lass mal irgendwo treffen so. Ah, du bist der Letzte? Das. Oh, du bist hier. Ey. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Du ruhig dich, Bruder. Oh, wö? Ich weiß nicht. Ah, okay. Aber hier wird auch. So, jetzt. Jetzt oder nie? Goddammit. Jawoll, Payton. Alter, wie du bei der Geschwindigkeit was treffen konntest. What the fuck? Das war halt echt. Mit dem Sniper war echt ein paar gute Schotts dabei. Speed-Klasse. Ja, wie sie schickt. Nur Verräter. Ey, das war so ein paarlegelig-Ski. Oh my god. Voll die geile Runde. Quack, quack, quack. Juli, das war so ein paarlegelig-Ski von mir. Watch your mind. Watch your mind. Watch your mind, baby. Ich meine, das ist gut. Auf einmal steht Juli zweimal vor mir. Krieg jedes Mal noch einen Schuss. Ja. Man sieht sich immer zweimal. Ja. Gute Runde. Ich war ein guter Dealer-Payne, ha? Ja, war sehr zufrieden. Guter Customer Service. Ich war immer wieder gern. Oh ja. Sympathisch war. Ich war immer wieder gern. Da waren es anders, ne? Ja, aber... Sympathisch geht es ziemlich. Sympathisch geht es ziemlich. Da habe ich... Ach. Sympathisch geht anders, sagt man. Ja, ja. Nur mittlerweile ist man... Mittlerweile wundert man sich auch nicht. Ey. Es ist dunkel. Ich seh nix. Und irgendeiner hat als dunkel war direkt Mirror angemacht. Ja, wie ist das nicht halt? Es geht vorher. Der Panikknopf. Oh, da macht er den. Ekelhaft. Wer ist ins Meer gesprungen durch? Wer ist ins Meer gesprungen? Wer ist ins Meer gesprungen? Und dann sei der Lebensmeer. Mein Kristall wurde verstört, ihr Monster. Ja, Kaputze war das. Was hat sich? Hat Baloui schon mal gelogen in dem Spiel? Ich glaube, der weiß gar nicht, wie das geht. Ja, ne. Ich seh euch. Hat Jochen schon mal gelogen? Magst du mein Kristall wurde zerstört? Ja. Das ist fies. Persönliches Pech. Ach man. Ey, Kapuze. Such mal lieber den. Oh. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier von Baloui. Kapuze. Hey, Lul. Pain hat nicht, äh, nicht Pain. Wie heißt der? Hinter uns. Items hat nicht mit drauf geschossen auf den Tee. Da haben wir einen toten bösen Jackal. Wo war das? Hier in dem Raum drin. Du bist dann vorbeigerannt. Ich bin erstmal immer noch ganz vorne. Ich bin in keinem Raum vorbeigelaufen. Achso. Ne, ich mein... Das bin ich nicht. Also ich... Achso. Ich... Ich muss erklären. Äh, bei dem... Bei dem Aufzug der erste Raum theoretisch. Ja? Hi. Da, der links von dir. Rechts von dir. Hier. Oh nein. Du bist es. Ich bin lieb. Wirklich lieb. Ich aber dich. Hehehe. Tschüss. Bist du jetzt lieb oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin lieb. War nur ein Scherz. Wenn du jetzt böse bist, bin ich traurig. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ich wirklich nicht. Oh mein. Oh mein. Ich habe nicht Abaterras geschossen. Ach, items. Also willst du den Dalu was glauben? Ich hab trotzdem nicht Abaterras geschossen. Das war aber der Dalu. Ja, eben. Ja. Der Dalu hat mich doch gar nicht getroffen, oder? War das nicht? Auf die Level hab ich nicht gewonnen. Ich hab dich nicht genannt. Wer hat eigentlich Maxi haponiert? Warst du das Payne, oder? Das ist Payne. Ja, ja. Mit, äh, Harpune. Ja, ja. Du hast ihn haponiert, oder? Das ist wie Shampoo hier. 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 Aber der Palui muss natürlich alles immer passen. Ja. Ja. Das ist ja frech hier. Das ist ja frech hier. Im Spiel. So Leute wie du. Genau. Jetzt mal lässt sich einfach abschießen, okay? Beim Föterball ganz als letzter. Ey. Du hier. Ich will auch Dalu. Nicht reden. Bist du böse? Ach klar Daluiz. Okay. Ich bin unknown. Ja, okay. Aber jetzt schießen wir ihn nicht ab. Oh, oh. Die wissen wo wir herkamen. Du bist am Arsch, Junge. Auf Rennen. Maxi war's. Hey, lauf! Maxi war's. Ja, Maxi war's. Ich hab's genau gesehen. Maxi hat vom Gelände auf dich runtergeschossen. Ja, ich wollt' ich... Ähm... Nein! Hey! Hallo! Ne, ne! Alles gut, alles gut! Hey, hey, hey! Wie ist der gerade umgefallen? Ja, wie ist der gerade umgefallen? Wer hat denn jetzt gekillt? Alims? Das war dann? Hallo, what the fuck? Ich nicht, aber Alims nur vielleicht. Ich hab's nicht gesehen. Alims, du sag's mir aber, wenn Kapuze auch dazu gehört, ne? Ich hab... Nee, Kapuze ist keiner von den coolen. Okay. Was seid ihr dann? Ich bin immer noch unknown. Hallo! Ah ja, gut dann. Oh, das ist verbrechend, Susi. Ich hab bei Louis gekillt. Willst du es probieren oder nicht? Ich weiß nicht, ob du... Aha, Payne! Warte, warte, warte! Maru? Der wollt mich einseifen! Okay, dann... Wenn wir uns gleich sehen... Wer wollt mich einseifen, Maru? Payne! Bevor die Runde zu Ende ist. Der Payport jetzt bin ich. Ja, bleib vorsichtig, dass ihr nicht vor mir steht. Wo bist du items? Äh... Treppenaufgang? Ich auch. Ich bin da unten, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Na, warte, ich geh da wieder hin. Ja, da, 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 da. Mach! Ähm... Hahahaha! Mein Able hat mich zum ersten Mal dem Shooter gerettet. Hahahaha! Das heißt Payne und Dalu sind böse? Leider nicht. Nein. Dalu wollte umgebracht werden als ein. Dalu wollte umgebracht werden als ein. Ich bin unnohnt, weil ich Traitor bin. Und der macht Mero an. Hahahaha! Hast leider verfehlt. Ich weiß immer, ich kann nicht einschätzen, was Maru ist. Also jetzt bist du aber leider dran. Ähm, ich kann nicht einschätzen, was Maru ist und was TauTau ist. Ich hab Payne erschossen. Ja, mein TauTau wuselt hier auch noch rum. Äh, dann wird's wohl TauTau sein, wenn's nicht kaputt ist. Aha. Wenn ich Payne erschossen hab und TauTau und TauTau schon tot sind. Und TauTau auf mich schießt. Oh shit. Nee. Geh weg! Jetzt versau das nicht! Jetzt fass aber bei! Ich bin einfach wie hochgerutscht. Was? Wie? Wie? Das war aber krass. Ich hab aber Glück gehabt. Gott, Leute. Da hat er mich befugt. Aber mit seinem eigenen Spielchen zu treffen. Ich hätte einfach direkt den Mero anmachen. Oh, schade, dass ich weder Islands noch Payne da bamboozeln konnte. Achso, und deswegen hast du so geteilt, als wärst, ah. Genau. Ja, mega obvious. Du hast mir verraten, dass du böse bist. Ja und? Ja. Ja. Ja, mega obvious. Du hast mir verraten, dass du böse bist. Ja und? Ja und? Ja. 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 In's-genick. In's-knack. In's-genick. In's-genick. In's-knack. Friziiii! Du stehst am Rand! Du musst gestopst werden! Hallo! Da hat es ja super funktioniert. Ich hab, Chaos! Wurdest zweimal gestoppt, ist das was? Ich glaub, Balu hat das Chaos gemacht, er hat's kurz vorher gelaufen. Was kann dos gesagt? Den siebten… Den siebten, den ich seh, schieß ich mit ner Random Gun an. Was war ruptin? Tau, Tau war die 1. Jo, ist lustig. Maxi war die zwei. Die Leiche war die drei. Juli war die drei. Wo ist die Juli? Hinter dir. Ich will jetzt das rein. War die vier. Das ist gut für mich. Oh yeah, Mist. Ich bin die fünf. Ich bin die fünf. Ja. Jetzt ich. Jetzt ich. Wo ist er? Böse. Da vorne ist jemand tot umgefallen. Ich hoffe es war Dalu. Das war Juli und das ist Dalu. Oh Mann. Jetzt. Wenigst kann er mich jetzt nicht mehr anschießen. Er hat mich angeschossen. Oh, das war aber unhöflich, Kapuze. Woher war das jetzt? Kapuze? Das war äußerst unhöflich von dir. Das war nicht ich. Ich hab dich gesehen, Kapuze. Hast du dein Gag gesehen? Wollts nicht. Hey, Pen. Maaann. Haut mal. Huch. Nee, das war doch Lemonade. Die Lär mal nicht von mir. Achso, okay. Die Lemonade sind nicht runtergebrochen. Wie ist doch verboten? Wer hat mich wiederbelebt? Dankeschön. Nee, hab ich nicht. Babylauncher, Moneygun. Den Ersten, den ich jetzt sehe, kriegt ein Headshot. Was ist das für eine? Yay. Yay. Ich bin Anno. War nur ein Scherz. Habt noch keinen gesehen. Ja, ich bin Anno. Taro. Nein, war nur ein Scherz. War nur ein Scherz. Items. Das war frech. Ice knife. Items knife. Eingefroren, wer ist in der Leitung, heißt das? Kann mich jemand auftauen? Ja, klar. Oh, da ist jemand. Haut er. Wer ist denn jetzt auf Rache aus? Und Kapuze möchte Judy heißen machen. Wann geht das Ice knife, Leute? Ey, was ist Payne? Geht nicht. Eigentlich bin du 40 AT verloren hast oder so. Ice knife geht nicht weg. Du bist wahrscheinlich gleich ge-i-sniped und schreit wahrscheinlich gerade in Chat. Vielleicht bist du im Chat, genau. Kann aber auch sein, dass das Ice knife nicht weggeht. Weiß ich nicht. Ich glaub das braucht... Ist das nicht ne Minute oder so, was? Es bringt die Arbeit eigentlich nicht um. Aber ich habe den Dalu nicht so lange eigentlich festgehalten damit. Ich hab dich gekillt. Ich glaube, man ist direkt gestorben. Naja, du hast es probiert. Also jetzt sehen wir Juli noch eingefroren im Ice knife. Wer auch immer Mirror ist, hat grad cooldown. Jetzt oder nie. Nein, das war Resistance. Jetzt oder nie, Leute. Jetzt können wir ihn fertig machen. Ich häng immer noch fest, Leute. Wo bist du? Schubst mal jemand, Juli. Im Treppenhaus. In welchem? Alter, wir sind doch alle schon hoch und runter gelaufen hier. Ja, hallo, grüß dich. Dankeschön, ich... Egal. Ist sie erlöst mit einem Headshot? Oh, ich werde geheilt. Dankeschön. Aber ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Achst du sie jetzt gibt's? Noll. Alle drei Traitor sind... Ja, aber nur bei mir. Nein, die Lemon ist nicht verboten. Oh, es hat Juli's Team. Also sagen wir es mal so, ich wollte jetzt ganz gerne das so verkaufen, dass ich Juli mit Absicht geeisknifed hab, um sie zu konfirmen. Aber eigentlich wollte ich nur... Aber die Lemon war doch eigentlich gut. Hat alle drei Traitor gekillt. Anscheinend. Gut gemacht, Walui. Es wusste keiner, dass ich das war. Es wusste keiner, dass ich das war. Es sind ein bissl die Carmenades, sollte man sagen. Warum stehen denn auch alle da? Das ganze Schiff ist abgefackelt, ey. Meiner. Mann, es wusste keiner, dass ich das war. Oh, hey. Hey. Boah, das war meine. Das ist sehr leid irgendwie. Der versucht jetzt zu erschießen, ne? Wegen der Soda. Wegen der Soda. Alles wegen der Soda. Ja, das war meine Soda. Ich würd gern... Ich würd gern was versuchen, aber ich hab keine Lust daran hinzuzugucken, wenn's nicht klappt. Mach mal Walui. Mach mal Walui. So lange zuzuschauen. Wenn's nicht klappt. Also, es kann sein, dass ich selber sterbe. Aber es kann auch ein 200 IQ-Move sein. Ui. Was denn? Will ich grade in deiner Gegend stehen? Ich frag mich das grade. Ich warte noch ein bisschen bis die Runde ein bisschen läuft und hoffe, dass ich noch ein bisschen überlebe. Kaputt. Damit ich nicht so lange zugucken kann. Also, wenn die Trailer jetzt was machen und nicht mich erschießen, dann hab ich auch noch nichts gesehen. Blind. Da ist Dalo, dann müssen wir mal ein bisschen entfernen. Ja, weil der Dalo kann mich dann abschießen. Dalo steht es trotzdem. Du musst dich aber als... Also, für meinen Trick ist es wichtig, dass... Ja, ja. Als Safe Inno outet. Also, ich brauch... Einen, der muss mir beweisen, dass es auf jeden Fall Inno ist. Würde ich den... Dann würde ich mal den einen... Ich bin Inno. Ich bin Inno. Ich bin Inno. Ja, dann würde ich ganz sicher nicht den einen geben. Nehmen wir eine Trailer-Leiche. Dann wäre ein kleines Experiment. Eine Trailer-Leiche. Tau, Tau, ich brauch dich. Ja. Tau, Tau. Wo bist du? Und 50 Meter Abstand wegen der Lemonade, bitte. Okay, okay, okay. Moment, da liegt auch ein Schini. Okay, mach mal. Einer wird abgemurkst. Hab ich gehört, hab ich gehört. Verfalle Vedetta. Verfalle Vedetta. Verfalle Vedetta. Geht Maxi auch? Glaube ich, das stimmt wirklich nicht auf den Maxi. Ich will jetzt... Geht Maxi. Da, Luz. Oh Gott, der wird erschossen. So, ist jetzt langsam ein bisschen dezimuliert. Ja, Kapuze ist auf jeden Fall nicht der, den ich haben will. Ja, Eis, nein. Frisch, ich kriege. Dann. Wollt ihr nicht, ja? Kapuze, bitte nicht. Es lebt noch ein Inno. Habt ihr noch ein Inno leben lassen? Äh... Nein. Gar nicht? Nee. Schwierig. Ach Mist, dann hätte ich einen Deathfacker kaufen können, und ihr meine eigene Leiche bringen müssten. Muss ich euch halt alle abschießen, ja. Fuck. Dann muss ich euch halt fällig machen. Ja, ey, jetzt... Nice. Och Mann, ich wollte Golden Deagle und Mirror nutzen auf den Inno. Ach so. Und Gott, ob der Inno trotzdem spielt. Du kannst doch im Mirror nicht schießen, oder? Doch. Doch, klar. Echt? Ja. Ah. Letzte Runde. Ich wollte... Golden Deagle mit Mirror auf den Inno. Was passiert, ey? Tau, Tau, ich bin ja am Anfang hinterher gelaufen. Du bist gegen das Treppengeländer gelaufen, geradeaus. Oh ja, kannst du rein. Dann bin ich dann so, okay, alles klar. Katze, ich wollte Teil des Experimentes sein. Hi. Ja, ich auch. Ich war mir sicher, dass du bist böse. Ich bin nix. Ich war mir sicher, dass du böse bist. Also haben wir uns gegenseitig umgebracht. Also waren wir beide Inno. Du bist bloß weh, Digga. Das ist halt... Läuft auf. Aber das waren echt lustige Runden, Leute, schon wieder. Dann bin ich... Läuft noch. Ah, okay. Das ist sehr lustig. Das war ne Speed-Sucht. Pain! Pain, Charlie wird super lustig. Mach was lustiges, Pain. Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Hätt's auch eilen. Ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab halt echt nix. Ich hab halt echt nix. Ich bin... Ich bin auch nicht in der Rolle irgendwas zu verkellen. Ich glaub schon, Baluwe. Huuu, das macht mir nix. Heißt ihn. Baluwe, ich darfst Baluin. Njong. Wie der Miraw. Vorne am Deck. Baluwe, was machst du denn da? Ich bin hinten an der... Warte, warte, warte. Dann wirf auf den nächsten... Warte, Kapuze, sag mal! Tau-Tau ist es! Er will dich Baluin, Kapuze. Warte, ja bis jetzt an! Tau-Tau! Ich dachte, dafür... Ich darf das! Ach nicht! Tau-Tau! Komm her, Schätzelein 2.0! Ja, was ist das? Ja, was ist das? Hat der Kredetrenner? Schade. Hey, ist das wie ne Schlägerei oder was? Er wollte mich Baluin! Hey, da hast du ihn doch gekillt. Meine Waffen! Oh, Tau-Tau! Hey, ich beobachte dich! Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau! Okay, ich hab hier auch noch nen Bloody Knife, nen Silent Fox, also... Ja, es ist Tau... Das ist Tau... Das ist Dalu und Tata... ...bring Colton. Der hat komische Sachen dabei. Wie hab ich... ...gekauft? Ich bin... Survival... Ihr hast den von... ...Bösen geklappt. Weil guck mal, das... Das... Ich hab den Gravel Hook gerade von der Leiche genommen. Nein, sag, dass du... Sag nicht, dass du das anderes da genommen hast! Maxi, du musst sagen, dass du Survival bist! Oh, das ist doch schon wieder tot, oder nicht? sobald ist es auch schon gestorben ja deswegen ist ja so hallo thomas ist doch verboten auf dem schiff soll kenne ich den auch ja glaubt er ist nicht da dritte ich glaube jetzt hier was wollte ich noch mal gar nicht ich habe was behalten im kopf zur sicherheit gegen blauli gewonnen oder verloren man weiß es nicht dadurch dass keiner mehr redet und blaulin organ hätte als wäre es nix also als wäre es nix item rumlaufen laufe nicht ich fliege mann ich bin mann warum machst du mein ich weiß hier uff er hat ja sogar eine lemon dabei ist doch verboten moment also items is proven inno jetzt ist maxi oder kaput zu einer von den beiden ist irgendeiner von den beiden irgendwie prüven inno kaputzes inno kaputzes inno titel maxi maxi böse es war so gut dass ich mir das gemerkt habe dass mein kristall neben kaputzes war und von dem rhythmus her und dass mein kristall zerstört war hast du gerade kaputzes kristall zerstört ich schließe daraus dass man das maxi t ist also ich finde das richtig cool nur ich hätte vielleicht schon mit der tatsache dass kaputze pain called oder er bei louie call ist doch viel zu einfach julie alter was soll ich finde auch also ich wollte jetzt einfach weiterreden lassen er war so darin vertieft der trigger ist mal wieder richtig lose bei der julie maxi treffen wenn ich treffe dann ja hallo ich hab getroffen hey dann hast du es geschafft und julie lebt ja auch noch muss ich ja irgendwas irgendwie muss ich mich ja beschäftigen das items eigentlich auch frage ich mich also wirklich lieb diesmal und wo ist das gar von 1 bis 10 würde ich ihm nicht glauben wer ist denn da hallo was ist denn das für eine magie gewesen war das so für ein schick das hier ach tolle ich schieße doch immer den fallstand oh das ist taus.... was? wo? okay taus doch nicht 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 wirklich noch, what the fuck oh god magie nein fuck oh alter wurde im haus wieder benebt das war richtig gut äh maxi des defi ist noch durchgekommen ja du hast ja dreimal daneben geschossen als max der gesellste hat er übrigens nicht daneben geschossen habe ich bei euch daneben geschossen? doch ja du warst einen meter über seinem kopf also bei mir sind die rumpel links und rechts eingeschlagen ja bei mir war es halt wirklich komplett auf dem kopf drauf ne bei uns warst du einen meter drüber das war nicht der rückchen gefallen dann lasst dir einen like, dann schauen wir mal vorbei, dann sehen wir uns auf die show adios